Als nächstes mein Schatzibuzzi in diesem Sammlungsupdate. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei Beyond Media dafür, dass sie es mir beschafft haben und dafür, dass ich es noch bekommen habe. Es gibt einfach kein cooleres Cover-Motiv von Großangriff der Zombies. Ich mag den Film. Wer möchte, ich habe sogar ein Lang-Review davon veröffentlicht vor einiger Zeit, das glaube ich durchaus unterhaltsam geworden ist. Sehr cool übrigens, Nummer 77 von 222. Das ist fein. Jetzt, als die Mediabooks angekündigt wurden, war mir ganz klar, welches Cover ich unbedingt haben muss und das ist zum Glück auch geglückt. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, noch die alte Version mit VHS-Dummy bei mir herumstehen, die auch ziemlich cool ist, aber das Mediabook wieder mal mit einem Sicher... Ich muss zugeben, ich habe das Booklet noch nicht gelesen, aber ich lese diese Tenebrarum-Booklets immer sehr sehr gerne und bin deswegen auch hier beim Großangriff schon sehr sehr gespannt, was im Booklet dann letztendlich drinnen steht. Eine wirklich coole Veröffentlichung, ein wirklich großartiges Frontcover und ich freue mich, dass dieses Teil in meiner Sammlung ist.